Weltmeisterschaften teilnehmen und so gerne würde er einmal die deutschen Farben bei den Europa- oder Weltmeisterschaften vertreten. Wir drückten ihm die Daumen und er hat Musik mitgebracht mit dem Titel Back in the USSR aus Oberstdorf, Silvius Malun. Georgia, 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 Georgia in the busy room. Just an old sweet song keeps Georgia home. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018